Ich bin Hans-Jürgen Müller, ich bin Presserwart vom Verein für Armandpflege und Grenzbeziehung Tundirum. Ich freue mich, dass in unserem Verein so gut plattgesprochen wird. Ich bin Detlef Berger und habe erst vor zwei Jahren angefangen und will das noch ein bisschen lernen. Ich bin nicht der Einzige, der jetzt mal auf Hochdeutsch antwortet. Also ich bin Kelvin Erbrecht-Lübbe, bin seit 2013 dabei. Ja, mache mittlerweile so, da ich ja auch lernen muss für die Schule, was ich jedenfalls sollte, spiele ich so den Stück nicht mehr mit und mache nur noch so Ansagen für Szenen und sowas. Ja, ich bin infiziert von diesem Plattdeutsch-Virus und das hätte mich so gepackt, dass ich dachte, habe, das musst du noch auf deine Eulen-Dage noch lernen. Tja, das Ingrid hätte mich alles kennengelernt, das hätte mich 120 Mal alles gebrochen. Und ich bin nicht henne gern und habe zögert und zögert. Und oben mal da kam das Virus und ich spiele seitdem auch mehr. Okay. Ich heiße Hella Spraktis, bin hier seit 20 Jahren in Tündern, freue mich, wenn es heißt, ich spiele wieder Theater und am liebsten spiele ich eine Irrle-Fru. Ich heiße Barbara Hammuth und habe tatsächlich auch den Virus bekommen, bin aber ganz neu in der Runde und fange erst an. Aber es macht mir so viel Spaß und ich glaube, ich werde super sprechen bei dir.